Ziele erreicht. Oh nein. Was? Neustil? Sollen wir in das Gebiet? Hey! Ich habe keine Munition mehr! Nein! Wow! 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 Jawoll! Genau das! Das war ein mega! Was? Ah! Ich wollte gerade looten! Das gibt es doch nicht! Mutti! Wo ist er denn? Ich wollte gerade von oben! Ja! Hier kann man gut laufen! Von dem Kreis! Auf! Okay, das war gut, dass man zwischendurch mal die Leiche jetzt looten kann, aber das ist ganz schön. Ja, ja, ich gehe schon. Ich muss mich aber so ein bisschen hier... Ich weiß, ich habe kein freies Schussfeld. Ja, ich wollte das aufnehmen, wollte ich das jetzt nicht machen. Ja, der Panzer wäre nicht schlecht, ey. Oha, was wird das jetzt zum Schluss? Wann hast du jetzt zwei oder drei nicht angevisiert? Boah! Wow! Uh! Geil, ey! Oh, das will ich ja so sagen... Jo, da fliegt doch der... Oh, irre, alter, irre! Oh... jetzt soll ich mit der flinte oder was der wechselt über gegen die flinte weißt du nicht ob wir das jetzt ob das jetzt gut war weißt du wo mein maschine ach so ich muss sein oder alter wir haben es aber geschafft finde ich eine gute sache also es ist nicht wirklich schwer quatsch das ist nicht wirklich leicht bevor man hätte die kampagne jetzt noch etwas höher gemacht was ist das oktober jetzt munition auf dem tisch finde ich gar nicht mal so schlecht ich will aber unsere alte ja aber hätte man alles nutzen können hier die aber das habe ich mir jetzt mal habe ich jetzt eigentlich alles kommt ist egal ok wir können jetzt wieder jede menge aufnehmen flinte so wer hier ist meine andere das sei mal was man nehmen soll für noch nicht nein wollte doch gar nicht wahrscheinlich keine andere wahl soll er schreibt mir die sonne von draußen rein so ich muss das mal kurz hier moment das geht so nicht so das war fortsetzen ich habe jetzt bis das rollo untergemacht sonst man hat mich ja das ist ja ich muss kann das nutzen wenn die sonne der beste ja Jetzt kann es ja nur noch lustig werden hier. Ja, baut dich. Mit Kalkerbumpen? Jawohl, doch. What the hell? Heftig. Komm mal nach, nach. Was? Der kann ja... Nein! Bleib da! Ich würde jetzt echt nicht nach vorne beheben. Boah, Alter, ich kriege mega Gänsehaut. Das ist ja nie was zum Aushalten. Oh, ich glaube, das wäre auch so ein Spiel für meinen Bruder. Oh, Alter, aus Südentfernung. Boah, da geht die Kugel. Da geht die Kugel. Wow. Volles Ohr. Was ein Ausritswinkel. Irre. Wow, Alter. Ein Kugel für alle Fälle. Da ist der Hut weggeflogen. Okay. Ja, das heißt, solange nicht, dass es vorbei ist. War hier mal eine Treppe? Hier war eine Treppe. Okay. Finde ich jetzt nicht so toll, dass die Treppe weg ist. Das Licht noch brennt. Das Licht noch brennt. Gut, Nacht, mein Freund. Komm, wo abgebrochen. War wahrscheinlich draufgeschossen, glaube ich, hätte es nicht draufschießen sollen. Bin damit voll. Oh, Kontrollpunkt. Okay. Dynamit voll. Schade, dass wir nicht mehr aufheben können. Bei Wolfen steigen ihn das auch. Ja, das ist gut. Oha, dann ist ja wie, äh, schwar. Ach du Scheiße. Oh, Mann. Ach, Scheiße, ich schließt noch die Mauern. Äh, Moment mal. Nein, gleich aufheben. Ganz schlechte Idee jetzt gerade. So, wir springen jetzt auch nicht. Oh, je. Oh, Mann. Oh, Mann. Da bin ich, äh, sehr schwer. Das, ähm, ist keine gute Idee. Warte mal, kann man ein bisschen... Ah, Mann, ich wollte gerade auf den Kissen. Oh, jetzt wird er weiter sein. So, guck mal, die... Oh, warte mal. Oh, Mann. Hey, Mann. nam 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 wollen wir dann nach oben ich habe ja beide treppenstufen ja jetzt haben sie lange rein ja 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 schweiß gar nicht alles klar jetzt noch irgendwo was immer sehen da kommt wahrscheinlich zu spät ok super wie ist es super 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 das ist nicht so super nein ich freue mich das ganze ist nicht da drüber da muss ich mich das darf doch nicht wahr sein ich komme nicht raus das kann doch nicht wahr sein was ist das da das ist jetzt keine gute idee okay wow nein leer das darf doch nicht hör auf wo 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 ich muss ja jetzt am nachtladen da konnte ich überhaupt nichts machen das ist das die 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 Mann, das wollte ich mir jetzt eigentlich aufgespart haben. Ach so, die könnte ich auch machen. Oh nein! Mit dem Scharfschützegewehr. Ich halte mit dem Scharfschützegewehr drauf und es passiert nichts. Und jetzt der ganze Straße noch von vorne machen, oder was? Bei dir breit wo die Kirche, ey. Ah, Mann! Geh doch mal weg da! Wenn ich nicht mehr weg rum, ey. Ah! Das muss ich oben machen, da kann ich wenigstens looten. Hoffe ich so. Ja, Mensch! Meier, ey, was machst du denn? Ja, lauf doch, du dummer... alter Mann! Pff, ich hätte rumrunterspringen sollen. Über das gleiche Theater! So, neue Runde, neues Glück. Ekel! Ekel, Alfred! Ah, okay, hier ist alle mal. Da komm ich nicht rein, Mann! Wow, das sind viele. Ich geh nicht rein, Mann! Fertig! Ich gehe den Wegmau. Was das? Whoa! Ah! wechsel doch mal wechsel man aus der entfernung weiß dass wir die schlafschützen keine munition also keine chance das ist doch ein wow da habe ich nicht gebraucht da habe ich kaputt gemacht ja ich habe doch gerade ja ja du sollst rennen und nicht deine scheiß knarre nachladen du alter bauer es ist das was natürlich auch weg jawohl so früh mann mein zeigefinger sind ziemlich locker ja 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 da kann man dann auch schon ja ich muss gucken dass ich so viel wie möglich hier oder so ah lauf weg hier weg 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 immer wieder erholen oh mann oh mann oh mann das muss ich mir weg vom hals schaffen damit ich mich nur noch der große garantieren kann was läufst du denn schon wieder daheim mann dann geh hier hoch die die lauf runter kann er zählen wie was leer ich hatte noch voll das kann doch nicht dein ernst sein da lauf aber vielleicht haben wir da oben vielleicht noch irgendwelche doch mich interessiert jetzt wie kann ich jetzt auch mal spiel anzeige spiel steuerung interessiert wie ich eine mine loslegen kann ich habe das voll vergessen ist etwas länger her landmine auswählen 5 wie kann ich dann land jetzt natürlich jetzt selbst ein toll geschossen Ja, jetzt, Alter. Ja. Geh doch da hoch, Mann. Wow, das war knapp. Ah, jetzt doch so. Scheiße, ich hab keine freie Sucht. Ja. Mist, verdammte. Natürlich zurück, ne. Das bringt nix. So nix. So nix. So nix. So nix. So nix. So nix. Keine Chance. Du sollst da hoch, Mann. Mann, was ist denn los mit dir, diese Steuer? Ich glaub, der ist wieder zurück. Alter. so jetzt